Ich denke, dass wir in den letzten vier Jahren in der Volkskoalition unser soziales Profil nicht mehr aufgeschärft haben. Dass die Leute uns nicht mehr wahrgenommen haben, als die Partei, die sich um soziale Probleme kümmert, sondern als eine Partei, die in einer großen Koalition zwar die Schlüsselministerium gesetzt hat und die auch sehr gut gemacht hat, aber trotzdem ihr eigenes Profil immer ein bisschen unter den Schiffen gestellt hat. Und den ganzen Minister natürlich dann auch. Es ist nicht so sozialdemokratische Sache, dass man immer so großspurig damit angeht, was man so flächig ist, dass es ein bisschen mehr machen soll. Dankeschön.